Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, vielleicht habt ihr davon schon gehört oder einen Artikel gelesen oder zum Beispiel beim Anton Petrov das Video angeschaut, was er gestern veröffentlicht hat. Die Erde hatte vor ungefähr 466 Millionen Jahren vielleicht ein Ringsystem. Wie ist man jetzt darauf gekommen? Nun, es gibt Anzeichen dafür, dass zu dieser Zeit in Äquatornähe sehr viele Asteroideneinschläge waren. Und diese Asteroideneinschläge zeigen, dass da irgendetwas in der Nähe der Erde passiert sein muss, dass die am Äquator eingeschlagen sind. Und diese Häufung ist tatsächlich ein bisschen komisch. Das ist also in dieser Zeitperiode tatsächlich extrem auffällig. Im Übrigen hier eine Falschfarbendarstellung. Ja, ich habe jetzt ein bisschen ausprobiert, das Ringsystem irgendwie vernünftig sichtbar zu machen. Das Ganze hat aber nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Darum fangen wir jetzt mal in einer Falschfarbendarstellung an, um das Ganze mal ein bisschen anzugucken. Das heißt also, dieses Ringsystem hatte sich gebildet aus einem großen Asteroideneinschlag. Gucken wir uns auch an im Video, wie sowas bei Universe Sandbox dann auch simuliert wird. Und daraus scheint sich wohl ein Ringsystem gebildet zu haben. Aus sehr vielen kleineren Objekten, aber auch aus einigen großen Objekten, die sich um die Erde dann bewegt haben. Das heißt also, teilweise Objekte, die zwei, drei Kilometer Größe hatten. In meiner Simulation hier sind diese Asteroiden jetzt ein bisschen größer. Das liegt daran, Auflösung, das heißt also die Möglichkeit, in diesem Bereich dann auch Asteroiden so zu definieren, dass sie bestimmte physikalische Eigenschaften haben, auch bezüglich des Umlaufes. Das heißt also, da waren sehr große Brocken mit dabei, die die Erde dann umrundet haben. Und diese Brocken sind dann nacheinander eben in Äquatornähe eingeschlagen. Was wir hier auch simulieren können, ich brauche jetzt eigentlich, brauche ich den Asteroiden hier, den ich auswählen will. Und dann können wir Folgendes machen. Wenn wir jetzt mal simulieren, dass dieser Asteroid der Erde dann immer näher kommt, das heißt also die Umlaufzeit auch verändern, da haben wir nämlich momentan 2,42 Stunden. Aber wenn wir das verringern, dann führen wir ihn immer näher an die Erde ran. Und genau das ist damals passiert. Das heißt also, diese Asteroiden hatten keine stabile Umlaufbahn, sondern die sind dann aufgrund eben der Abläufe in diesem Ringsystem auch immer näher an die Erde herangewandert und dann auch eingeschlagen. Und das hat dann zu sekundären Effekten geführt, wie zum Beispiel Wiedermaterial, was teilweise dann tatsächlich auch wieder den Orbit erreicht hat. Das war also so ein Prozess, der da eine ganze Zeit lang stattgefunden hat. Und hier in dieser Simulation seht ihr jetzt, wie so ein Einschlag dann eben aussieht. Und das war eben, oder konnte man nachvollziehen, in der Nähe des Äquators, dass immer wieder größere Objekte dort eingeschlagen sind. Ihr seht auch selber, was dann passiert. Das heißt also, sehr viel Material, was wieder ausgeworfen wird. Das verteilt sich dann auch wieder auf der Erdoberfläche. Da gibt es auch Hinweise darauf, dass dieses ausgeworfene Material sich dann immer wieder abgelagert hat, auf der Erdoberfläche und so weiter und so fort. Und das ist dann häufiger passiert, insgesamt 21 Mal. Na, konnte dann nachgewiesen werden, in Äquatornähe dann dementsprechend auch Einschläge. Das ist eben der Hintergrund der Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, bezüglich der Möglichkeit, dass das so war. Ein weiterer Effekt eines Ringsystems, welches durch einen großen Einschlag verursacht wird, ist auch immer wieder die Abkühlung, die damals stattgefunden hat. Das ist also etwas, was dann in dieser Studie miteinander verbunden wird. Das heißt also zum einen, der erste Impact, das muss ein Riesenobjekt gewesen sein. Also es gibt jetzt keine genauen Schätzungen, soviel ich jetzt in den Artikeln gesehen habe, wie groß dieses Objekt war. Aber da sind wir dann schon bei 40, 50 Kilometer wahrscheinlich. Das heißt, es ist eine ganz andere Kategorie als das, was zum Beispiel die Dinosaurier ausgelöscht hat oder zumindest den Prozess der Veränderung der Fauna und Flora auf unserem Planeten eingeleitet hat. Also diese Großobjekte, die dann eben auch in einer bestimmten Zeitperiode auf der Erde eingeschlagen sind, das kann tatsächlich also sowas verursacht haben. Also unter anderem eben diese Abläufe, die wir jetzt hier in dieser Simulation beobachten können, bezüglich auch eben wieder einer Bildung einer Wolke zum Beispiel. Wobei, man muss sagen, die generelle Einschlagsgeschwindigkeit der sekundären Objekte, die sich im Ringsystem befunden haben, wahrscheinlich wesentlich niedriger war als der erste Impact eines sehr großen Objektes, was dann das verursacht hat. Nun, das ist tatsächlich etwas, was in der Erdgeschichte vermutlich sogar häufiger passiert ist, dass solche Einschläge stattgefunden haben. Das heißt also, das ist jetzt etwas, was im Laufe der Zeit durch Forschung auch dann herausgearbeitet wird, wie die eigentliche Geschichte der Erde dann abgelaufen ist. Es gibt zum Beispiel, und das ist auch sehr interessant, mittlerweile auch Zweifel an der Kollisionstheorie, die den Mond erzeugt hat. Das heißt also, da gibt es auch so ein paar Unklarheiten. Man kann man sogar, wenn man sich Universe Sandbox mal ein bisschen zur Brust nimmt und versucht, einen Mond zu erzeugen, das ist allerdings hier nur die Newton-Dynamik, dann stellt man fest, man kriegt es halt nicht hin. Egal, was man macht, egal welcher Einschlagswinkel, egal welche Geschwindigkeit, egal welche Größe des Objektes, es ist nahezu unmöglich, im Universe Sandbox einen Mond zu erzeugen aufgrund eines Einschlages. Auch eine sehr interessante Thematik. Also was hat denn dann den Mond erzeugt? Aber nun gut, es gibt immer wieder Vermutungen und auch nachvollziehbare Ideen, wie der Mond entstanden ist. Zum Beispiel gibt es für die Einschlagstheorie auch noch andere interessante Abläufe im Inneren der Erde, Großstrukturen innerhalb der Erde, die darauf hindeuten, dass da ein Einschlag stattgefunden hat. Aber es könnte tatsächlich auch sein, eine neue Studie, ganz kurz mal so am Rande bezüglich auch Kollision und so weiter und so fort, dass unsere Erde und der Mond gleichzeitig entstanden sind, als Doppelplanetensystem. Das wäre durchaus denkbar. Also ein komplett anderer Ansatz. Und das erklärt sich unter anderem auch aus der Untersuchung zum Beispiel von Mondgestein. Also dass man guckt, okay, das ist alles so ähnlich, dass das im Grunde genommen gleichzeitig entstanden sein muss, ohne einen Körper, der dann dafür verantwortlich war, dass dann der Mond entstanden ist. Also das sind sehr interessante Abläufe. Wie gesagt, zu dieser Zeit, als dieser Einschlag stattgefunden hat hier, gibt es natürlich auch noch andere Hinweise darauf, dass da vielleicht sogar ein Ringsystem mit involviert war. Die Erde hat ja bestimmte klimatische Abläufe. Und die Oberflächentemperatur unserer Erde wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Ein solches Ringsystem, wenn dann eben dementsprechend einen Schattenwurf auf die Erde auch erzeugt. Du darfst da eins vergessen. In der Nähe der Erde haben sich damals so viele Partikel befunden, dass die Sonne sehr schwer durch diese Partikel hindurchscheinen konnte. Und darum hatten wir eine Verringerung der Oberflächentemperatur, die teilweise dann zu einer kompletten Vereisung geführt hat. Das heißt also, das passt schon alles dann irgendwie zusammen. Wenn man sagt, okay, hatten wir damals eben auch Effekte, die mit dem zusammenhängen. Jetzt muss ich aber ganz schön runter mit der Temperatur, damit ich die Vereisung, oh, jetzt habe ich die Atmosphäre zerstört. Naja, gut, okay. Ein weiterer Effekt. Im Übrigen auch, was das Ringsystem angeht. Das heißt also, durch den ständigen Eintrag in die Atmosphäre, in diesem Ringsystem ist es tatsächlich so, dass sich auch die atmosphärische Zusammensetzung geändert hat und vor allem auch in der Hochatmosphäre sehr, sehr viel Metalle und Silikate vorhanden waren, die unter anderem dann auch zum Beispiel die Atmosphäre war ziemlich staubig in einer bestimmten Höhe. Und das konnte auch nicht herausgeregnet werden, weil die Stratosphäre eben oberhalb der Troposphäre liegt. Also so ein Einschlag mit einer Ausbildung eines Ringsystems hatte dann über Millionen Jahre hinweg, ja, dementsprechende Auswirkungen. Im Übrigen Funfact bezüglich Saturn. Saturn hat seine Ringe nicht schon immer, sondern die sind wahrscheinlich nur 100 Millionen Jahre alt. Das heißt also, der verliert sie auch gerade wieder und in so 10, 12 Millionen Jahren hat er wahrscheinlich gar keine Ringe mehr. Das ist also reiner Zufall, dass wir jetzt gucken, einen Planeten in unserem System haben mit einem Ringsystem, weil das jetzt auch eine Zeitperiode ist, wo das eben der Fall war. Das heißt also, sehr, sehr viele Abläufe, die unter anderem mit dieser Theorie zusammenhängen, dass die Erde auch mal ein Ringsystem hatte. Bezüglich Einschlägen solcher Objekte generell in einer bestimmten Größenordnung, wenn wir eben dann mal so einen Asteroiden nehmen, würden wir mal ganz kurz mal gucken, zufälliger Asteroid, den können wir dann hier auch abfeuern. Da müssen wir aber die Simulation ein bisschen langsamer machen, weil sonst haut es uns alles um die Ohren. Das heißt also, ab einer bestimmten Größe eines Objektes und dann dementsprechend auch der Einschlag, der dann stattfindet, gibt es bestimmte Abläufe. Auch damals beim Einschlag des Asteroiden, der die Dinosaurier negativ beeinflusst hat und auch die Fauna und die Flora auf unserem Planeten komplett verändert hat, war es wahrscheinlich so, dass sehr viel Material auch in den Orbit befördert wurde und sekundäre Einschläge verursacht hat. Das ist etwas, was bei solchen generell Großereignissen auch bezüglich Einschlägen immer stattfindet. Es kommt natürlich jetzt darauf an, man müsste jetzt mal den Krater, der hier entstanden ist, mal finden, um dann eben dementsprechend auch sagen zu können, okay, wo war denn der primäre Einschlag und welche sekundären Folgen haben dann das alles erzeugt. Es kann auch etwas anders gewesen sein. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass es sich hier um einen Einschlag gehandelt hat, der in einem sehr flachen Winkel stattgefunden hat. Dann wäre ein Teil der Erdkruste herausgeschleudert worden, schon auch die Fluchtgeschwindigkeit oder zumindest die orbitale Geschwindigkeit erreicht und dann nacheinander innerhalb relativ kurzer Zeit wieder auf der Erde eingeschlagen, ohne die Ausbildung eines wirklich signifikanten Ringsystems. Auch das wäre eine Möglichkeit. Aber es ist hochinteressant, was wir heutzutage mit Forschung alles anstoßen können an Gedanken bezüglich dieser Thematik. Und natürlich, das sind veröffentlichte Studien, da wird dann nochmal drüber geguckt, gibt es wirklich so einen Hinweis darauf, Ringsystemeinschläge und so weiter und so fort. Aber sich mal Gedanken darüber zu machen, zu sagen, hey, wie ist das denn überhaupt mit großen Einschlägen? Wie entwickelt sich dann zum Beispiel auch das Umfeld eines Planeten? Denn hier haben wir jetzt durch diesen Einschlag einen Effekt, der eben auch die Abkühlung des Planeten durchaus beeinflussen könnte. Das heißt, es ist sehr viel Staub, Materie in der Nähe unserer Erde, die dann eben auch davon beeinflusst wird. Unter anderem eben auch die klimatische Veränderung auf unserem Planeten. Ja, im Grunde genommen ein Thema, was immer wieder mal vorkommen kann. Das heißt also, Einschläge in einer bestimmten Größenordnung können natürlich auch klimawirksam werden. Da braucht es noch nicht mal einen gigantischen Brocken. Da reicht eigentlich ein Objekt mit so 300, 400 Metern. Da hätte man dann schon einen Einschlag, der wahrscheinlich Materie bis in die Hochatmosphäre befördert. Ja, und dann eben auch die Abkühlung, die dadurch zustande kommt. Es können auch natürlich extreme Vulkanausbrüche, aber ab zu 500 Metern aufwärts, 600 Meter, 700 Meter Einschlagsgeschwindigkeit, Einschlagswinkel, könnte es tatsächlich sein, dass Materie tatsächlich auch in den Orbit befördert wird und dann eine Zeitlang in der Nähe der Erde eben solche Wolken verursacht und dann klimatische Änderungen verursacht. Sehr interessantes Thema. So, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!